Ich kann auf alles kacken und so. Ich kack auf vieles. Ich kack auf viele gesellschaftliche Sachen. Weil das hier Geld kostet, sind Punker immer Broke. Und schnurren bei uns für Bier und Zigaretten. Doch Andreas Holst ist jemand, den so etwas nicht stört. Er kommt im Geburtstag und bleibt gar nicht in Shirt. Doch Andreas Holst ist jemand, den so etwas nicht stört. Er kommt im Geburtstag und bleibt gar nicht in Shirt. Konfuzius hat mal gesagt, wer anfängt zu sein, hat aufgehört zu werden.